Hallo liebe YouTube Gemeinde und willkommen bei Hallo Hi Willkommen bei Let's Play Together Pass of Exile Episode 12 Ähm Ich muss mal gucken Oh Fireball habe ich Level hoch Und ich kriege noch einen Punkt Cold Damage 6% Dann gehen wir hier von 50 Und von 48 Auf 49 und 52 Ah der hat Schon wieder hier alles freckt Ehh Frecksicher Jajaja gib an Gib an Oh aber dein Feuerregen Ich habe einen kleinen Schuss hier Der Einzige der nicht angebt Hast doch nichts zum Angeben Ja weil hier haben wir alle Monster wegschnappt Jaja klar Boah die sind überall Geister Jaja Ich will keine Geister Ja wieso Was hast du denn gegen Geister Die wollen ja auch nur leben Oh Gott Hör mir ja Mary So Das ist leer Och du Gott Das geht immer noch weiter hier Nee 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 Das bist verrückt Und was? Gehen wir oder gehen wir nach Nein Nein Oh oh Ich glaube das ist der Endgegner Den glaube ich in der Höhle des Löwen Ja hier liegt viel Gold rum Ich schätze mal das ist richtig hier Gold brauchen wir in dem Spiel doch gar nicht Weiss ich Trotzdem Ah die hat ja 3 Ja Nein Nein Ja Nein ein, die Tante. Ui, 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 ui. Au, 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 au. Ey, sag mal langsam. Ich gehe mal ganz kurz ein Mortal aufmachen. Ja, wäre günstig, weil ich bin hier verrecken. Wir haben am letzten Lebens krankdings. Boah, 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 boah. Boah, ah, ist tot? Jo. Ich hoffe es mal. Äh, hier sind aber... Okay. Ah, die hat sich nur transformiert. Ich wollte doch sagen, die ist doch gar nicht tot. Ja, haben die nichts rausgesprudelt. Normalerweise tun die doch dann auch wirklich ausspuffen. Ist der jetzt noch hässlicher wie vorher. Oh Gott, ey. Ach, halt so. Oh, Jackpot. Guck mal, ganz viele Sachen. Oh, du hände zum Ort. Das habe ich dir wieder rausgeschmissen. Bogen. Ja, wieso? Aber nichts gelbes, ey. Nur blaue Sachen. Ja, doch, war ein gelbes Schuh. Die habe ich mir untereinander gerissen. Ach, toll, danke. Ist doch meistens so was für dich. Was haben wir denn da gekriegt? Rappier. Du kannst dir direkt wieder alles in deinem Nahrungsreißen, was die Nahrungsreißen ist. Nee, kann ich sowieso nicht brauchen. Hier, ein grüner Slot. Grün ist immer gut. Grün kann ich brauchen. Boah, geil, 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 geil. Handschuhe mit drei blauen Slots, ey. Was haben wir denn da? Äh, Energy Shield 21 und die haben... Energy Shield... Quality... Oh, die sind auf jeden Fall gut. Äh, was haben wir denn hier für einen späteren? Fireball, naja. Zack, zack. Fireball kommt jetzt da rein. Oh, nee, da weiß ich gern, was ich anziehen soll, jei. Oh, daubt. Oblet. 61. Oh, ich sehe gerade langsam, wenn die Items besser, oder? Also, ich bin... Toll. Oh, ich auch. Sollen wir alles schnell daheim in die Kiste werben und dann wiederkommen? Ja. Portal. Guck mal kurz. Einmal Portal. Wir können das ja nachher aussortieren. Ja, wir können das nachher aussortieren. Beziehungsweise, ich mache einfach Pause, so. Pause. So, und da sind wir auch schon wieder. Hallo. Ähm, ja, hier gibt es ja nichts mehr. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier jetzt durch? Dann kommen wir da oben ans Ende vom ersten Akt. Könnten wir... Ah, nee. Das ist noch... Da müssen wir immer noch rüber, um die blöde Sirene zu killen. Andererseits müssten wir auch mal hier den Way of Forward vielleicht machen. Ah, komm, wir gehen erstmal hier oben durch. Einmal in den Fall. Also, die Quest ist noch nicht beendet, die wir hier jetzt gemacht haben mit dieser komischen Toaster hier. Quest complete. Jetzt steht es. Ah. Waypoint. Akt 2. Oh. Das war jetzt Akt 2. Dann müssen wir doch zurück. Ja, wir gehen jetzt... Hier ist das der Waypoint. Äh, dann gehen wir wieder zurück, Akt 1. Na, ja, wir gehen auf Akt 1, und zwar The Prisoner's Gate. Geh mir bitte. Okay. Fehlen nämlich noch. Und zwar. Ah, die Quests müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja, die Quests machen wir auf jeden Fall. Wir gehen mal einfach hier dem Weg nach. Ach, also hier die Monster durften jetzt nicht mehr so, dass... Ey, so darf Probleme sein. Ey, lasst haben wir auch gar nicht super schön. Ah, da kommen wir gar nicht rüber. Hä, hätten wir das vorher gewusst? Also da kommen wir gar nicht durch. The way is blocked. Warum? Ah, ja. Sollten wir da weiter... Ist ja egal, wir gehen noch. Ne, ne, wir sollten ja da weitergehen. Das ist mit Sicherheit nur ne... Ah, hier sieht man jetzt auf der Karte. Der ist also gar nicht so ablösbar. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich auf Akt 2. Das heißt, bei Akt 1 sind wir bis auf diese Rinnentusse durch. Aber das müssen wir jetzt noch kurz abschließen. Das heißt, einmal kurz zum Portal runter. Und dann ab zu Akt 2. Herrje, wir haben den ersten Akt geschafft. Das hätten wir eigentlich schon früher haben können, oder? Ich schaff die, ich schaff die. Die Sirenenpüße ist, ist aber... Bei Akt 2, oder was? Ja, ne, ist bei Akt 2. Da sind aber noch ein paar Waypoints, die wir nicht benutzt haben. Ne, das stimmt nicht. Wir haben alle Waypoints benutzt. Waypoints, die du nicht benutzt hast, sind kleine, kleine Knubbel. Okay, wir gehen jetzt erstmal heim, unsere Dingens abholen. Mal gucken, was wir kriegen. Und dann gehen wir weiter. Auf Akt 2. Ach, hier ist niemand. Ne, hat keiner was für uns. Was haben wir hier? Firestorm. Das haben wir doch eben schon abgeholt. Nein, wir hatten doch jetzt erst die Quest beendet. Wir haben jetzt erst die Quest beendet, auch schon. So, ich schmeiß jetzt einfach mal hier in die Kiste. Naja, ich geh schon mal auf Akt 2. Äh, Waypoint, Akt 2. The Forest. Oh, ein Dschungel. Oschel, bleibst du. Ähm, Akt 2. Yo, yo, yo. Ich hab mir gerade irgendwie einen Gem gefunden, der mir was Neues gibt. Oh Gott, was war das? East. Hey, der ist ja cool. Hey! Den behalte ich. Die fallen die Monster von den Bäumen, ey. Ich hab mir schon mal hier gehalten. Oh Gott. Das ist ja cool. Geh da! Und das Affen sein? Keine Ahnung. Hören sich zumindest so an. Hören sich zumindest so an. Oh, mit dem Eisfall treffe ich so schwer. Ah, die Pflanzen sind im Weg. Man sieht nicht, was voran schießt. Aber das hat so ein Urwald, die haben sich. Bäume sind immer in diesen Spielen sehr feuerresistent. Also sehr robust sind die Eiffen hier nicht. Da brauchst sogar ich nur drei Schuss für. Na ja, dafür kommen sie mit Scharen. Ich kann mal stehen, ich brauch hier eine Aura. Obwohl, ich hab meinen Mannertrag. Na, die Idee find ich auch cool. Könnt ihr glauben, dass böse Zunge sagen, das ist ja nur ein billiger Atlet von Diablo 2? Ich hab Diablo 2, äh, 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 2 schon gespielt. Ja, 2, das wäre ein Abklatsch von 2. Von 3 kann ja nicht sein, weil 3, äh, ist ja überhaupt kein Vergleich hierzu. Weil, ähm, 3, äh, ja, 3 hat ja eigentlich auch gar nichts mehr, was... Diablo 2 hab ich gern gespielt, aber Diablo 3 hab ich nie gespielt. Nein, aber von 2 wär's ja auch ein Abklatsch. Find ich jetzt überhaupt, die haben ganz neue Ideen, ganz interessante neue Ideen, find ich jetzt. Oh, ich mein, die Runen und der ganze Krempel, den sie da reinsetzt. Oh, hier ist der erste Bestgegner. Da wird eigentlich gestorben jetzt so. Oh, guck mal, guck mal, hier ist... Neue, neue, neue Gegner. Watschen wir mit euch allen mal. Oh, wir haben drei neue Quests. Oh, je, oh, je, oh, je, die sind am anderen Ende immer, eh. Also bei dem einen müssen wir... Ja, hier unten ist auch aus den Augen, den Eramir. Ich hab vier Stück mit auch so gezeichnet. Oh, Eramir auch. Oh, guck mal da. Was haben wir denn da noch? Ne, der hat nur eine Info gegeben für eine Quest. Also... Exalted Orp, was sagst denn? Enchant a rare item with a new random property. Oh, der ist auch knuffig. So, jetzt ist halt eben die Frage, ob wir hier von dem Kuh, doa auf hochgehen oder runtergehen? Also wenn wir hochgehen, können wir zwei Quests machen. Through Sacred Ground und Living Into Sin. Würde ich sagen, gehen wir hoch, oder? Hier ist das Schnuppel. Oh, hier kommen auch direkt einen höheren Level. Also hier laufen die Charaktere schon mit Level 30 stellenweise rum. Unten war Level 15, 16 immer das höchste, weil das ja klar, erster Akt ist dann beendet. In welchem Level sind wir jetzt? 16. Naja. Also besser unten, hm? Wie unten. Nein, ich mein, jetzt hier in der Stadt laufen die mit dem höheren Level rum. Das ist ja logisch. Wir sind ja im zweiten Akt. Ja, wir sind aber auch vieler. Wir sind jetzt überall durchgegangen. Wir sind teilweise haben auch vieles geskippt. Nein, wir haben ja, wir haben unten war nie in einer der Höhe als Level 16, also im Normalfall. Komm, wir gehen mal weiter hier. Old Fields, also nach oben. Die alten Felder, oder was? Warte auf die Osche. Old Fields? Ja, ja. Old Fields, alte Felder, ja. Oh mein Gott, ihr seid ja schon in Action, könnt ihr nicht mal warten. Thomas war das. Jetzt bin ich wieder schuld. Vorausgelaufen bist. Irgendjemand, glaube ich, hat geschrieben, dass hier gibt es nur zwei Level bis jetzt. Ja, der hat das aber auch, ähm, noch nicht sehr. Oh, hier ist ein Zwischengegner. Oh, wo? Ah, wo seid ihr denn? Ich schaue immer ein paar auf keinen Lapps. Uiuiuiui. Ach, sind das die Affen von eben? Thomas, haut die so hoch. Frech hier, ey. Oben, von hinten. Oh, wir sind auch schon 17 Minuten wieder dran. Oh, der hat auch einen langen Schlaf verloren. Long Steph. Ah, da ist ein Cave. Da ist ein Coase. Gehen wir da auch rein, ne? Cave. Ja, auch nett. Ab in die Höhle. Da findet man nett, wenn ein Zwischengegner. Die Höhle des Leibens. Nein, der ist ein Zwischengegner. Nein, hier wohnen nur Affen. Ne, hier wohnen bestimmt wieder die Tentakelfiecher. Nein, Affen. Oh, da sind die Kicker. Oh, und warum denn? Steinmonster. Boom. Hat es mir schon noch eine Spine von hinten? Ich will den Durchgang versparren mit meiner Feuersbrunst. Das darfst du an mir mal weg. Immer am Weg steht der, ey. Wer? Du. Hast du doch auch was? Reicht dir auch ein? Die Ömer, die Ömer. Komm. Oh, cool. Felsen. War die vergiften so? Nein, ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hab doch kein Gift drauf geschossen. Die Affen, die durften zum Gift neigen. Die werden eventuell auch immun sein. Boah, was ist das denn? Es ist tot. Es sah riesig aus. Unfährlich, aber gefährlich überhaupt nicht. Oh, ein Affel. Ein Affel? Du kannst dich doch über Items nicht beschweren, Heidreiber. Naja, der Affel, der kann ich eh nicht brauchen, glaub ich. Das ist wieder so ein kleiner. Du rennst immer nur mit dicken Koilen durch die Landschaft. Jawohl. Ja, ja. Ich glaube besser wie Schwerter. Oh, ich glaube ich hab'n Level Aufstieg. Ah, da hab ich schon gedacht, ich hätte was Besonderes. Da ist ein Bär. Da ist ein Rat oder ein Bär. Oh, wo, wo, wo. Oh, ich komme. Ah, toll. Aber ich glaube, ich hätte was Besonderes gefunden. Boah, ich finde eigentlich diesen Feuersturm total geil. Ich schieße mit Frost. Ich schieße mit Schlitz. Ich schieße mit Schlitz. Hier unten ist noch drin. Oh, wie hartglotz. Supschen. Hahaha. Aber ich versuche, also ich muss fast überhaupt keine Alprenge trinken. Also jetzt bei Endgegnern. Also wir spielen hier auf Watt, spielen wir auf normal oder was? Immer so, so nur den nächsten Schwierigkeitsspielen, wenn du den anderen durchschaust. Ja, und für das ist ein Eidensbild angenehm, also. Man mäht alles, aber das ist vielleicht schon bei meiner Dreiergruppe. Ist doch der Eidens, weil er die besten Eidens, die es im Spiel gibt, schon am Anfang gefunden hat. Ja, ja, komm. Ja, ja, der würde... Der ist es. Eidens, warum machst du das? Deswegen bin ich schon so oft gestorben, oder? Das ist deine Leifte. Oh, hier ist eine gelbe Spinne. Ich glaube, es war eine Gelbe. Hm. Da ist es der Vorteil, den mein Charakter bringt. Der zieht wirklich allen ab. Aber ansonsten... Der eine Dinger sieht der hier, der ist richtig cool, aber irgendwie sieht der gar nichts. Der Highfaller ist ja nur so erfolgreich, weil ich die die ganze Zeit mit den Eidens friere. Ganz genau. Bewegen sie sich ja nie. Willst du mal in meiner Nähe bleiben? Ich brauche Mana. Ich brauche die Dinger. Ich brauche den Toll. Boah, ich bleib hier auf den Hacken. Wir hätten schon wer vor. Bleib doch hier, ich mag keine Mana Aura. Geh weg, ich geb nichts von meiner Macht ab. Bleib bei mir. Ja, ja, rein damit. Feuer, 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 Feuer. Schein riffscht voll, wir sollen. Ich auch, ich hab so viele weiße Gegenstände. Weiß, 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 weiß. Ich hab nur weiße Gegenstände. Weiß, weiß. Weiß. Na ja. So, wir haben, oh, wir haben schon 25 Minuten, komm. Einmal stoppen und dann... Tschüss, bis morgen. Tschüss. Tschüss.